Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen, da bin ich wieder. Ja, ich war eine Woche im Ausland, ich musste eine Woche dienstlich im Ausland unterwegs sein. Ich war in Mexiko und ich war in den USA, im Norden der USA, in der Nähe von Detroit. Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe unglaubliche Rasenflächen gesehen. Also die Amerikaner, die lieben echt Rasen. Also dagegen muss ich leider laut und deutlich sagen, nicht ihr, die hier zuschauen, aber die meisten hier sind Waisenkinder, was das Thema Rasen angeht. Und die Amerikaner haben alle, gerade in den etwas besseren Wohngebieten, so top gepflegte Rasenflächen. Da kann man ja von Neid erblassen, wie diese Häuser und Gärten, wie diese Straßen gepflegt sind, wie mit dem Messer die Rasenkanten geschnitten sind, wie das Gras grün und relativ lang ist, also erstaunlich lang gelassen, aber knackig grün ohne Unkraut. Also die müssen da einen Unkrautvernichter sprühen. Furchtbar. Und da habe ich ganz kurz leider nur filmen können. Ihr seht jetzt gleich einen kleinen Ausschnitt. Viel Spaß damit. Guckt euch mal diese gepflegten Rasenflächen hier an. Das darf doch nicht wahr sein. Freaks, das ist ihr Rasen. Hier im Herzen von Amerika in Detroit. Wunderbare Rasenflächen. Ich muss ja leider arbeiten. Und Mist. Ja, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt gemäht. Ich habe mit meinem John Deere Sichelmäher mit dem Walzenantrieb, kommt ihr doch mal gucken. Alte Videos. Habe ich hier meinen ganzen Rasen auch wieder rüber gemäht. Der mäht so auf 2,8, ich glaube 2,8 Zentimeter. Also schon relativ hoch. Der Mäher hat jetzt nicht viel Gras aufgenommen, sondern er hat jetzt vor allem das ganze Laub hier aufgesammelt, den ganzen Dreck vom Rasen aufgesogen. Das machen diese Sichelmäher richtig gut. Die können halt eben richtig schön saugen. Das können die Spindelmäher nicht. Die legen dann das Gras um und drücken alles, was auf dem Rasen drauf liegt, noch fest. Deswegen im Herbst finde ich super, mit dem Sichelmäher zu mähen. Und vor allen Dingen immer das ganze Laub immer wieder aufzunehmen. Das Laub muss vom Rasen runter. Jedes Blatt auf dem Rasen festgeklebt, tötet darunter das Gras. Das Laub muss weg. Ja, haben wir gemacht. Sieht top aus. Ich werde jetzt gleich nochmal mit meinem Mulchmäher die groben Ecken außenrum mähen. Und dann gehen wir zum Nachbarn rüber. Und dann darf ich beim Nachbarn das allererste Mal seinen frisch gesäten Rasen mähen. Und das seht ihr heute auch noch. Viel Spaß damit. Was ich immer wirklich sehr, sehr interessant finde, das ist nicht wichtig, aber ich finde es unheimlich interessant, und zwar, wie hoch ist das Gras wirklich? Und da ist so ein hochgenaues Messinstrument, nämlich so ein Zollstock, super gut geeignet. Wir wollen hier nur ein Drittel abschneiden. Ein Drittel, die ein Drittelregel, nur ein Drittel der Gesamtlänge maximal wegschneiden. Das ist für das Gras optimal. Ein schöner Mulchmäher, der ist super schön sauber. Edelstahl, so Messer sind noch schön scharf. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt geht's ab. Ihr möchtet immer wissen, wann ich eigentlich diese Videos mache. Wir haben heute den 19. Oktober 2019. Und das ist natürlich jetzt höchste Zeit, hier den Rasen noch ein bisschen zu stabilisieren. Dafür zu sorgen, dass das Gras, die Gräser unten, wieder neu rauskommen, wenn sie oben abgeschnitten werden. Und es wird wirklich höchste Zeit. Jetzt messe ich mal schnell die Höhe. Ja, tatsächlich ist das Gras nur zwischen 6 bis 10 Zentimeter hoch. Finde ich aber optimal. Höher muss man es gar nicht rauswachsen lassen. Das heißt, bei, sagen wir mal, neun, ein Drittel wäre auch 6 Zentimeter runter. Also viel tiefer hatte man gar nicht mähen. Ja, ok. Perfekt! Sehr interessant. Das Gras ist wirklich noch sehr, sehr zart, sehr schwach. Und die Räder des Mähers drücken das Gras komplett auf den Boden. Das tut einem fast schon weh. Ja, das Gras muss noch kräftig werden. Es ist, glaube ich, jetzt angesagt, nochmal eine richtig schöne kräftige Herbstdüngung hier. Jetzt, ja, vielleicht schon nächste Woche raufzubringen, dass das Gras noch ein bisschen Power kriegt für jetzt den Herbst und den Winter. Und dann ruhig mähen, mähen, mähen. Auf 5 Zentimeter würde ich runtergehen. Viel tiefer nicht. 4,5, 5 Zentimeter maximal runtergehen. Und das dann so lange mähen wie möglich. Ja, war ein Riesenthema. Wir haben, mein Nachbar, nicht wir, ich habe ein bisschen geholfen. Aber mein Nachbar hat hier erst die ganze komplett vertrocknete Grasnarbe runtergehauen. Dann hat er hier Mutterboden aufgeschüttet. Dann hat er eine Bewässerungsanlage installiert. Dann hat er hier schön nachgesät. Dann hat er gewalzt. Dann hat er hier gewässert, gewässert. Und dann kam hier langsam die Rasensaat raus. Und jetzt wird das erste Mal gemäht. Coole Sache. Ich habe da ganz viele Videos zu gemacht. Die werden wir jetzt nach und nach alle bringen. Und das war letztendlich hier die einzige Rettung seiner völlig vertrockneten Fläche hier im Osten seines Hauses. Da kommt, ja, schon Sonne, aber nicht so viel Sonne hin. Und er hat sie zwei Jahre lang nicht gesprengt. Es war zwei Jahre lang extrem trocken im Sommer. Das Gras war tief und dick verfilzt und völlig tot. Und jetzt sieht das schon richtig klasse aus. Er ist jetzt zwei Wochen im Urlaub. Er kommt morgen, glaube ich, wieder. Und dann wird er hier seine frisch gemähte Rasenfläche sehen. Mal gucken, wie er reagiert. Ja, jetzt natürlich auch die Frage, warum jetzt nicht mit dem Spindelmäher gleich mähen, sondern mit dem Sichelmäher. Ja, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte. Das geht nicht. Also mit dem Spindelmäher hier jetzt rübermähen, dann drückt ihr das Gras nur komplett platt. Das kippt um. Das regtet sich nicht mehr auf. Und ich zeige gleich nochmal hier ein paar Detailshots hier zu den Spuren. Ihr seht das schön in den Spuren, wie das Gras komplett liegen bleibt. Und ich habe da beim Sichelmäher vorne und hinten die Walzen und es würde das Gras nur umkippen und überhaupt nicht gemäht werden. Außerdem ist es mit zehn Zentimeter für einen Sichelmäher viel zu lang. Ah, jetzt habe ich mich versprochen. Mist. Also natürlich ist es für einen Spindelmäher mit zehn Zentimeter viel zu lang zum Mähen. Das geht wirklich nur mit dem Sichelmäher. Also man braucht mindestens zwei Mäher. Einen Sichelmäher und einen Spindelmäher. Man braucht nicht sieben Mäher, wie ich sie habe. Das ist Schwachsinn, aber zwei Mäher ist schon eine gute Sache. Einen schönen Sichelmäher, der auch gut saugt. Finde ich optimal, den man auch aufs Mulchen umstellen kann. Und dann für den genialen und perfekten Schnitt den Spindelmäher. Ready. Yes. Ich werde auf jeden Fall meinem Nachbarn nochmal empfehlen, wenn der Rasen so ein bisschen robuster geworden ist, so zwei Wochen nach der Düngung, würde ich ihm empfehlen, nochmal nachzuwalzen. Können wir meine Spindelmäher nehmen oder er holt sich nochmal eine Walze, um den Boden noch ein bisschen mehr zu festigen. Also da ist ein Walzen hinterher immer sehr gut. Natürlich gucken, dass das Gras schon stabil genug ist, dass es nicht liegen bleibt und sich nicht mehr aufrichtet. Aber das würde die Fläche noch ein bisschen ebnen und verdichten. Die ist mir jetzt nach dieser starken Beregnung, nach diesen starken Regenfällen zu weich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Tschüss. Spindel, Sichel, Spindel, Sichel, Spindel, Sichel. Nicht verplabbern, Andreas. Das war gut.